Sollten wir da Tickets wechseln können, ist ein bisschen schwierig hier in Milano. Wir sind dann schon lange unterwegs, bereits halb vier. Ich hatte die Schwierigkeiten, ein B&B Hotel zu finden und war niemand da. Ich zehre euch dann noch mehr darüber. Und jetzt müssen wir noch warten für Tickets, um endlich da in die Expo zu gehen. Das war einmal falsch. Wir sind in der falschen Linie angestanden, um unsere Tickets zu kriegen. Endlich geschafft. Viertel vor vier sind wir in Milano an der Expo angekommen. Das war wirklich eine lange Geschichte, aber jetzt sind wir da. Jetzt gibt es doch noch was für den Bauerhausen. New Holland Traktoren zu bestaunen. Jetzt ist der Bauerhausen zufrieden. Jetzt hat er nachher etwas Landwirtschaft gesehen. New Holland. Danke schön. Danke schön. Ciao.